Und das ist auch am Podcast das Schöne, es ist ja auch sehr intim, man ist ja direkt im Ohr oft, also viele hören das ja mit Kopfhörern. Ich glaube, da hat man tatsächlich nochmal eine Möglichkeit, so eine Gemeinschaft zu schaffen und gemeinsam Dinge zu denken und zu fragen und zu entwickeln. Das ist sehr, sehr schön. Das ist sehr, sehr schön.